Ein Futter der du ihn geschafft hast, hat ein paar Sehens, in der Sehens des Schaften er hat es geschafft, der bedeutet in den Menschen. Der wäre sehr interessant, der Jungs, aber wir sagen dort mehr Futter, der an der Jungs wäre ein Unterschied. Der einer, der hat sehr viel ein Karrer in der Hand, der in der Hirnwärtschmutz aufwäschte, der in der Sturm mit reinwäschte. Ganz besonders, wenn er in der Ausführung ist, der einer, der nimmt den Basen, er hat auch ein Spray, damit der Puff nicht, der Stoff nicht abwirbeln soll. Aber er nimmt den Basen mit den Schmack von 1.000, aber er merkt auch, dass es gut ist. Der andere, der besiegt die 1.000, der schmack von den Ferien, dann nimmt er die 1.000, wo der andere alle ausgefärbt hat. Dann geht er noch einmal und dann wird er noch einmal schmack von 1.000 und dann nimmt er die 1.000 und dann nimmt er die 1.000 und dann riemt er die 1.000 die er auf eine reine Flur aufwäschte. Und wir müssen dort sehen, weil wir schauen und ans jäßliche Leben. Das ist ein junges Möken, der Möken, der Orbetbett geht. Bloß einer, der wir in dem Fach in Dantia, hat aber eine 1.000, das ist jetzt mal abgeriebt, übernimmst du die 1.000 wieder, dann sitzt du, du hast die Korn und du äst immer noch Stoff. Wo ist das an unserem Hort? Hab ich mit einmal bloß die 1.000 Stunden geloten und haben dort einen Raum mitgearbeitet. Oder haben wir wirklich gekämmert, uns Hort mal von Gott und ihr Segen zu geloten? Psalm 139, Vers 23 und 24 sagst du es dir. Gott, kommt David einfach nur Gott und dann sag ich da, Gott sei einmal wo das mit mir steht und ihr seht mein Hort, probe mich üt und sei, wo ich das mein und sei einmal, ob ich auf den Baisen wach sie und läd mich auf den Eivigen wach. Ich merke jeden einen Maut und das nie angefangene Jahr, von der haben wir alle im 25. Januar, ich bin nicht weggegangen, weggebleven, ich hatte den ja durch zu beten mit Gott. Und da waren wir von der auch nicht nachgegangen, aber wir waren, Lothar war wie Meier, er war dort, aber von der auch, ja, wir haben einfach nur dort und nie die Tür angefangen haben, weil wir uns einfach von Gott ans Hort und ihr Segen lieuten, wo das mit uns heute steht und dort von Gott reinigen lieuten, in Wellen sind, alle Sitten, alle Gebrechen, alles, was dort, äh, nicht Gott will, gefährlich ist. Auf zu sein und auf zu leihen, das kann ein Loster sein, das kann viel Meiers ein Loster sein, das können alle Angewandheiten sein, auf dem nächsten Reden, oder wo immer das ist, ich merke in jedem einen Maut, wenn wir uns ans Hort von Gott ungesäkern lassen, dann, äh, für das Ganze, was wir in der Welt sein, die Welt ist ewig, in der Merkerei, zu dem großen Aufmerksamkeit, wo Jesus' Hort seine Brütholung kommt, und, äh, wer du nicht mit reiht sein, bei uns armen Menschen, wir werden nicht mit reiht sein, wenn wir noch wollen, äh, ah, wir wollen noch ein Heldegang durch, wir wollen noch ein Fierster durch, ah, wir wollen uns noch nicht angeben, wir wollen noch die Stadt, 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 wir wollen noch, wir wollen noch, wir wollen noch... Jesus sagt, im Moment, wird er hier sein, dann wird er seine Brütholung kommen, Wir hatten dann Reiters, zwei waren im Bad liegen, einer war ungenommen worden, der andere war treigeloten blieben. Zwei waren in einem Molenmolen und einer war ungenommen worden, der andere war treigeloten worden. Zwei waren auf dem Acker geschaffen, einer war ungenommen worden, der andere war treigeloten worden. Dort waren alle davon aufhängig. Wir haben uns wirklich mit Gott versäumt, sodass wir bereit sind, uns zu verändern, so dass wir mit Jesus mitgehen, oder waren wir treig geblieben und mit uns ein Leben betonen. Wenn du die Gnodentite für dich wieder regst, dann ist nicht mehr eine Gnodentite, wird in jeder einer mit uns ein Leben betonen. Ich wünsche jedem einen Rücken Gottes Sein.